Willkommen zu diesem neuen Video bei Meat & Great. Heute geht es mal wieder um den Rösle Videro G4S und dafür möchte ich euch ein paar Tricks und Kniffe zeigen, die jeder kennen sollte, der sich überlegt, diesen Grill zuzulegen oder diesen Grill bereits besitzt. Los geht's! Ich habe bereits zwei Videos zu diesem Grill gemacht. Einmal habe ich ihn vorgestellt, als ich mir besorgt habe und euch die Gründe dafür genannt, warum ich diesen Grill hier gekauft habe. Das ist einer oder meiner Meinung nach einer der besten Grills für unter 700 Euro und dafür sollte man, wenn man mehr Budget nicht hat, diesen Grill sich holen, meiner Meinung nach. Und ich habe dann nochmal ein zweites Video gemacht, wo ich ein bisschen auf die Vor- und Nachteile eingegangen bin, also so ein kurzes Review zu diesem Grill, was so besondere Punkte sind, die mir dann aufgefallen ist nach kurzer Benutzung. Und es wird auch nochmal ein Langzeit-Review kommen, das heißt, wenn euch mehr zu diesem Grill interessiert, abonniert diesen Kanal auf jeden Fall und ich zeige euch natürlich auch, was man Cooles damit machen kann. Gerne im Kanal mal vorbeischauen und wenn euch dieses Video gefällt, einen Daumen nach oben da lassen. Aber heute zu den paar Tricks und Kniffen zu diesem Grill. Es wird nichts Weltbewegendes sein, zum Beispiel wie man die Glasscheibe reinigt. Dafür mache ich euch ein gesondertes Video. Ich habe euch aber bereits die gesamte Reinigung des Grills einmal schon mal in einem Video abgefilmt. Fangen wir an mit Punkt Nummer 1. Eine Kritik an diesem Grill ist, dass er nicht heiß genug wird. Von den Leuten, die den Grill besitzen, ist das nicht so die Kritik, sondern eher von den Leuten, die sagen, ah, so ein Billiggrill, der kann ja nicht viel. Aber auch die Leute, die sich den Grill holen, sind dann manchmal so ein bisschen enttäuscht, weil sie sagen, hm, das Deckelthermometer zeigt mir gar nicht so viel an. Und das kann verschiedene Ursachen haben. Einmal ist das Deckelthermometer nicht das, worauf man sich verlassen sollte, weil das Deckelthermometer immer nur in dem Bereich, wo eben auch der Sensor vom Deckelthermometer ist, die Temperatur misst und der Grillraum an sich ja größer ist und an verschiedenen Zonen verschiedene Temperaturen herrschen. Und deswegen können wir davon nicht ausgehen. Die Temperatur oben im Deckel ist natürlich ein bisschen wärmer als die Temperatur unten, entspricht aber nicht der Temperatur des Grillrostes zum Beispiel. Das Grillrost an sich ist meistens noch mal deutlich heißer. Deswegen können wir uns darauf nicht immer verlassen, aber es gibt einen Fehler, den viele machen, und zwar beim Anbringen dieses Thermometers. Das Thermometer wird nämlich hinten mit einer Flügelschraube zugedreht und diese Flügelschraube kann man unterschiedlich fest anziehen. Und bei diesem Thermometer ist es so, dass wenn ich das zu feste zudrehe, dass die Nadel, die mir die Temperatur anzeigt, an einem gewissen Punkt blockiert wird. Das heißt, diese Nadel kann einfach nicht bis zur maximalen Temperatur steigen, wenn ich hinten diese Flügelschraube zu feste zudrehe. Deswegen mein Tipp Nummer eins, kontrolliert, ob die Flügelschraube hinten nicht doch vielleicht einen Ticken zu fest zugedreht ist, dreht sie ein bisschen lockerer und schaut dann noch mal, ob die Temperatur vielleicht doch noch ein bisschen mehr steigt. Disclaimer an der Stelle, 350 Grad erreicht der Rösel an sich ohne Probleme. Jetzt hier, wie er bei mir im Freien steht, kommt er so auf 320 Grad in der Regel. Wenn es aber ein warmer Sommertag ist, schafft er auch die 350. Wenn er bei euch ein bisschen windgeschützter an der Wand steht, dann sind die 350 für den in der Regel kein Problem. Solltet ihr nicht über die 300 Grad kommen, dann müsst ihr mal kontrollieren, ob es mit den Brennern nicht vielleicht doch irgendwo ein kleines Problem gibt. Aber darum kümmern wir uns in einem gesonderten Video, weil das ist ein bisschen ausführlicher. Bei Tipp Nummer zwei geht es darum zu prüfen, ob das Deckelthermometer auch richtig funktioniert. Es kann natürlich sein, dass die Temperatur falsch angezeigt wird, weil das Deckelthermometer an sich komplett ungenau ist. Und um herauszufinden, ob es ungenau ist und wenn ja, wie sehr, kann ich das einmal in kochendes Wasser halten. Denn kochendes Wasser hat bekanntlich 100 Grad, richtig. Und wenn wir es da reinhalten, sollte mir mein Thermometer auch 100 Grad anzeigen. Deswegen nehme ich das einmal hier mit der Grillzange und halte es jetzt einmal in kochendes Wasser rein. Und dann sehen wir, dass die Nadel schnell steigt. Das beschlägt ein wenig. Und dann sind wir bei 100 Grad, da wird die Nadel langsamer und bleibt genau bei 100 Grad Celsius stehen. Perfekt, das heißt, dieses Thermometer ist grundsätzlich richtig und funktioniert. Das ist kein Schätzeisen, so wie manche das sagen. Nur haben wir natürlich im Grill unterschiedliche Temperaturzonen und wir können nicht davon ausgehen, dass die Temperatur, die am Deckelthermometer ist, auch die Temperatur ist, die bei uns am Fleisch anliegt. Ein besonders cooles Feature an diesem Grill ist unsere Hochtemperaturzone. Und zwar haben wir hier einen Keramikbrenner, der 800 Grad Celsius erzeugen soll. Und das ist bei so einem Grill in der Preisklasse absolut nicht selbstverständlich. Und bei diesem ist es so, dass wir hier unser Steak direkt darauf grillen können. Wir können das aber auch benutzen, um nachher noch Pfannen oder Planschers und weiteres draufzustellen. Damit wir das machen können, können wir einmal das Rost hier drin Höhen verstellen, so dass wir verschiedene Höhen hier einstellen können. Allerdings haben wir ein kleines Problem. Und zwar behindert uns dieser Deckel dabei, hier was Vernünftiges draufzustellen. Eine große Pfanne oder eine Planscher oder halt so eine gusseiserne Platte. Und damit wir das machen können, können wir diesen Deckel aber einfach entfernen. Das muss man aber natürlich wissen. An sich ist es nicht schwer. Ihr habt es gerade gesehen, ich habe es einfach so entfernt. Das funktioniert ganz einfach über so einen kleinen Federmechanismus. Aber das ist mein Tipp. Hier bei unserer Hochtemperaturzone den Deckel entfernen und dann haben wir hier richtig Platz und vernünftig was zu grillen. Tipp Nummer 3 ist ein Tipp für die Reinigung, die euch das Reinigen des Grills maßgeblich erleichtern wird. Und zwar ist es so, dass dieser Grill hier richtig schöne gummierte Knöpfe hat. Dadurch ist er schön griffig. Das Problem dabei ist aber, dass in diesen Rillen dieser gummierten Knöpfe sich sehr viel Dreck festsetzt und man das beim Reinigen sehr schlecht nur abbekommt. Aber dafür habe ich den richtigen Trick. Wenn man weiß wie, dann kann man das ganz einfach beheben. Und zwar können wir einfach die Knöpfe nehmen, Eimer feste ziehen und sie sind ab. Und wenn wir sie abgemacht haben, dann ist hier keinerlei Elektronik mehr in den Knöpfen drin und wir können sie einfach zum Beispiel in die Spülmaschine packen. Wobei ich das jetzt nicht unbedingt empfehlen würde, weil das ist natürlich hier kein Metall, sondern Plastik irgendwie gefärbt. Das wird wahrscheinlich mit der Zeit abnutzen und unschön aussehen. Aber wir können das jetzt ganz einfach mit Spülmittelwasser, mit einem Schwamm und können das jetzt wunderbar reinigen und können danach diesen Knopf wieder an unseren Grill dran setzen. Und der Knopf ist wie vorher neu da dran. Der nächste Tipp hat wieder mit einem Thermometer zu tun, allerdings nicht mit dem Deckelthermometer, sondern jetzt mit unseren Kernthermometern. Und zwar ist es so, dass manche haben natürlich einen Meter oder Meter plus, Meterblock. Das heißt, die haben dann kabellos das alles. Aber viele von euch werden das nicht kabellos haben, weil das doch eine relativ kostspielige Angelegenheit ist. Und wenn man sich jetzt ein etwas günstigeres Modell kauft, was aber trotzdem sehr zuverlässig ist, zum Beispiel dieses Thermo Pro, was ich euch auf jeden Fall empfehlen kann. Verlinke ich euch auch mal unten natürlich. Dann haben wir Kabel, ein kabelgebundenes Thermometer und das müssen wir irgendwo befestigen. Beim Thermo Pro ist es so, dass wir Magneten hinten dran haben und bei dem Grill haben wir das Glück. Wir können das hier einfach an der Seite befestigen, haben das somit vor der Hitze geschützt und können es immer perfekt ablesen. Ein weiterer Tipp dazu ist, wenn ich jetzt meine Sonden hier im Grill aufstellen möchte, habe ich euch ja eben gesagt, dass wir überall unterschiedliche Temperaturzonen haben. Und das Deckelthermometer gibt mir keinen Aufschluss darüber, ob diese Temperatur auch bei meinem Stück Fleisch herrscht. Und deswegen können wir einfach ein Thermometer für unser Steak benutzen. Das kommt ins Steak rein und das zweite Thermometer können wir neben das Steak aufs Gussrost befestigen. Allerdings ist es problematisch, wenn es direkt auf dem Gussrost liegt, denn ich habe euch ja schon gesagt, das Gussrost an sich, das ist in der Regel nochmal deutlich heißer. Und deswegen gibt es dafür auch nochmal einen Tipp. Und zwar nehmt ihr euch dafür einfach eine kleine Kartoffel. Diese kleine Kartoffel, da steckt ihr jetzt euer Kernthermometer einfach einmal durch. Und damit könnt ihr jetzt das auf den Grill legen und habt jetzt somit euer Kernthermometer in derselben Position auf dem Grillrost liegen, wie nachher euer Steak. Und das Thermometer ist davor geschützt, direkt auf dem Grillrost drauf zu liegen. Diese Kartoffel enthält so viel Wasser, dass sie nicht verbrennen wird. Das heißt, sie hält das auf jeden Fall auch so lange durch, während euer Steak dort auf dem Grill liegt. Und ihr wisst ziemlich genau, welche Temperatur denn auch unten über dem Grillrost herrscht. Natürlich gibt es dafür auch die mitgelieferten Klemmen, aber falls man die mal verlegt hat oder keine hat, kann man sich mit so einer Kartoffel super helfen. Kleiner Lifehack. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und wenn ihr diesen Grill habt, würde ich mich freuen, wenn ihr hier in der Community euch daran beteiligt, noch weitere Tipps in die Kommentare zu schreiben. Wir können alle sicherlich immer noch ein Stück mehr lernen. Das heißt, mit euren Kommentaren wird dieses Video auch richtig vollständig und bietet noch mehr Mehrwert für alle, die sich dieses Video anschauen in Zukunft. Und darüber würde ich mich sehr freuen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.